Wenn man an der Goldküste oder in der umliegenden Region auf der Suche nach Immobilien ist, dann ist das meistens eine teure Anbregenheit. Umso mehr freuen wir uns über das lukrative Investitionsobjekt, das ich Ihnen heute vorstellen darf. Hoch über dem Ziel liegt unsere neueste Crowdhouse-Legenschaft in der Zürcher Gemeinde von Prächtikon. Vom Prächtikon liegt im Bezirk Meilen und Rapperswil-Johne nur 10 km entfernt. Die S7 bringt einem entlang der Goldküste in 30 Minuten bequem nach Zürich. Die Liegenschaft liegt mitten in einem ruhigen Wohnquartier. Im Umkreis von 300 m befindet sich eine Sekundarschule, eine Oberschule und eine Bushaltestelle. Einkaufsmöglichkeiten, Post und alle weiteren Einrichtungen sind in wenigen Minuten erreichbar. Und auch das Wasser ist nicht weit entfernt. In nur 5 Minuten ist man am Ufer vom wunderschönen Zürichsee. Und wer es lieber noch näher hat, der ist in 3 Minuten am Ortseigenen Litzelsee. Bei der Liegenschaft handelt es sich um ein voll vermietetes Mehrfamilienhaus mit Baujahr 1973. Mit 24 Wohneinheiten. Sie ist aktuell voll vermietet. Die Mietzinsen bei dieser Liegenschaft sind um einiges tiefer als in der Umgebung. Nicht zuletzt darum haben in der Vergangenheit die Wohnungen bei einem Mieterwechsel jeweils nahtlos wieder vermietet werden können. Die tiefe angesetzten Mietenden sind nicht nur für Vermietungsstabilität entscheidend. Sie bieten für die Zukunft auch noch grosses Potenzial. Die Leerstandsquote in Hombrechtica ist mit 1,6% sehr tief. Die 3,5 und 4,5 Zimmerwohnungen richten sich gezielt an Pärchen und junge Familien. Bei 10 von 24 Wohnungen sind ausser dem Kuchen- und Badzimmer vollständig saniert worden. Attraktive Renditenliegenschaften in Hombrechtica findet man natürlich wie auch der übrigen Goldküste nur ganz selten. Die Immobilie hat sich auf dem Markt schon immer bewährt. Einfache Vermietbarkeit, ein solider Wohnungsmix und einen äusserst fair angesetzten Mietzins sind natürlich schlagkräftige Argumente. Wir würden uns freuen, wenn auch Sie ein Teil dieser Liegenschaft werden würden. Und mir gilt natürlich, es hat, solange es hat.